Herzlich Willkommen zu einer neuen Partfolge Hallo Küttchen Ich bin in der Party mit drinnen mit Steve und Donald Ja, fahr dran vorbei Und Steve und Donald sind beide in Red Meditation drinnen Und natürlich bin ich mit denen auch hier in der Party mit drinnen Wo sind denn die roten? Also ich bin zwei hier in der Party mit drinnen mit Steve und Donald Und die beide sind in Red Meditation 2 online Richtig Und in den laufenden Videos, was ich alles verproduziere Sind die immer noch dort drinnen Laufenden Videos, wo ich heute verproduziere Oder werden die roten Punkte jetzt aus? Hä? Nee, die Gegner haben einfach Schiss Die sind einfach zu gut Naja Sag mir nicht, dass das ein Bug Es hat niemand so weit geschafft Es hat niemand so weit geschafft Es hat niemand so weit geschafft Ich bin grad ein bisschen verarscht Ich bin grad ein bisschen verarscht Äh, hier kommt wieder ne Kutsch und die fährt wieder dran vorbei Naja Eigentlich sollte denn da Gegner drin sein Super Okay, naja Ich will gucken, dass ich noch von dem Finale noch einen Spieler verpflichte Versteh das nicht Ich auch nicht Ich auch nicht Ich muss so laut sein, Mensch Wie ist die? Vielleicht haben die sich verlaufen Wahrscheinlich Ja, gell Wir können heute mal sehen Ohhhhh Okay, komm Äh Oder wir beide müssen uns mal irgendwie töten Und dann nochmal neu starten Aber kann ja nicht sein Ihhh, die Waffe ist gut Naja Sollen wir uns hier grad töten? Ähh, ich hab das letzte fast, glaub, wegsprengt Wie soll ich mich töten? Ja komm mal her! Komm stell dich vorne! Ich bin aber nicht dran So, das große Finale steht jetzt an! Ein vorbereites Turnier! Äh... TSSV Altenstein Die dann S-T-P-R-A-S-T Oh, ich... Ich hoffe, ich hab mir aber noch zu essen S-T-P-R-A-S-T Ich weiß nicht, ob ich den Namen richtig ausgesprochen habe Aber mit dem werde ich antreten Aber das Spiel bestreite ich Am nächsten Tag Weil das ist noch ne Frobie-Choice Ich habe mich nicht mehr Ich habe mich noch nicht mehr Ich habe mich noch nicht mehr Vielen Dank.